Resoliere zu Ihrem Erfolg hervorragende Arbeit. Hier bitte Ihr Mantel. Der ist viel zu auffällig. Ich brauche etwas Schlichteres. Ja, Sir, wird erledigt. Wir sind nicht zum Vergnügen hier. Das ist kein Kinderspiel. Wir müssen auf alles gefasst sein. Also los, Leute, worauf warten wir noch? Ja, genau. Alles einsteigen. Abfahrt nach Emmys Lobby. Lass mich runter, habe ich gesagt. Ich will hier. Wer sind diese Typen?